Herzlich Willkommen zu einer kurzen Einführung zur Bildschirmaufzeichnung mittels Powerpoint. Sie können direkt im Powerpoint eine Präsentation und die Webcam aufzeichnen. Öffnen Sie dazu die gewünschte Präsentation. Klicken Sie in die Registerkarte Bildschirmpräsentation und danach auf Bildschirmpräsentation aufzeichnen. Sie sehen im unteren rechten Bereich Mikrofon, Kamera und ein kleines Profilbild. Achten Sie darauf, dass das Mikrofon aktiviert ist und schalten Sie die Kamera ein oder aus, je nachdem, ob Sie eine zusätzliche Aufzeichnung von Ihnen wünschen. Oben rechts finden Sie die Einstellungen. Hier können Sie Mikrofon und Kamera auswählen bzw. einrichten. Oben in der Mitte stellen Sie ein, ob Sie die Foliennotizen miteinblenden möchten oder nicht. Klicken Sie oben links auf Aufzeichnen und beginnen Sie Ihre Präsentation. Sie können zusätzlich die Werkzeuge in der unteren Leiste nutzen, um besonders wichtige Punkte hervorzuheben. Sie können links oben die Aufzeichnung pausieren und wieder fortsetzen. Sind Sie fertig, klicken Sie auf Beenden. Sie haben nun die Möglichkeit, die Präsentation als PowerPoint-Datei zu speichern oder als Video zu exportieren und zur Verfügung zu stellen. Klicken Sie dazu auf die Registerkarte Datei und danach auf Exportieren. Wählen Sie Video erstellen. Wählen Sie die gewünschte Auflösung. Hier empfehlen wir Full HD. Wählen Sie aufgezeichnete Zeitabläufe und Kommentare verwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Audio- bzw. Videoaufzeichnungen mitgespeichert werden. Stellen Sie ein, wie lange Folien ohne Aufzeichnung dargestellt werden sollen. Klicken Sie danach auf Video erstellen. Es öffnet sich ein Dialogfenster. Klicken Sie hier auf Speichern. Vielen Dank fürs Zusehen und viel Erfolg bei der Gestaltung Ihrer Lehre. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank. 販- server- tauchen! K everyone! Untertitelung des ZDF, 2020